so jungs und madelns gäbe jetzt heute solcher mal fest aber ich müsste jetzt mal wirklich was sagen hier hallo nimmt es auf das club ich sehe da gar nichts zfx das ist was nicht am strom ist das nimmt auf gut soll man ja auch hören ich muss da mal was loswerden ja ja ich habe da jetzt so einen neuen podcast den hams vom ndr irgendwas und strategie sag einmal was ist denn da los überhaupt mit dem russland jetzt setzen die hyperschallraketen ein die können sogar auch mit atomköpfen bestückt werden was du was er verfickte hyperschallraketen ist dies 10 bis 20 mal so schnell wie der scheiß schall geschwindigkeit liegt so um den daumen bei 1000 km h so dass du das vorstellst die ist von wien das ist in österreich bis in kiel da braucht die so 6 7 minuten um die kannst nämlich leider nicht abschießen so super ding super geschichten wer bauten sowas zfx wer bauten sowas das kann ja nicht wahr sein und was diese hyperschallraketen die haben irgendeinen namen mit säbeln wo hast du das letzte mal erfolgreich mit säbeln gekämpft hat chinkgis khan da warst doch wo der scheißhase hinläuft zfx dann kriegst du irgendwie switchblade drohnen das sind miniaturdrohnen die fliegen an einem panzer hin und heften sich dahin und dann macht's quatsch und der panzer ist im arsch und die die sollen jetzt auch autonom handeln können das heißt die fliegen die da irgendwo hin und dann wartet die da und dann kommt irgendwann ein schulbus vorbei den es für den panzer hält und batsch was heißt kindermarmelade super wer konnten auf so idee mal ganz ehrlich wer konnten auf soa idee sowas zum bauen seid ihr noch alle beieinander weißt wer bauten soa technik wer erfindet sowas wer lässt sich für soa scheiß idee sein geld bezahlen um seine familie zu ernähren das gibt es ja überhaupt nicht dass das überhaupt so menschen gibt das gibt es überhaupt nicht sowas und das video was da gibt es ein video auf youtube was gerade wird nicht wie das heißt killer bots oder so muss doch mal schauen das gibt es auf youtube gab es das vor ich weiß nicht was vor acht jahren oder so ich weiß nicht ob ob das keiner mitgekriegt hat aber das war eine warnung das war nicht eine bauanleitung ihr nappeln seid ihr total bescheuert ihr vollpfosten wer baut denn sowas wer baut denn sowas weißt du die ganze zeit technik ole 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 schneller weiter größer und jetzt fliegt uns richtig schön die ganze technik scheiße um die ohren weil es nämlich auch richtig scheiße laufen kann mit eurer technik und dann sogar der scheiß mask ist dabei mit seinem ich weiß nicht was scheiß dich an die wand link jetzt ist er auch teil vom krieg und jetzt tut die regierung und alle weil es dann natürlich kein internet mehr haben den sein scheiß internet zum nutzen weiß nicht ob das schon mal jemand überlegt hat dass a sat link ja das strahlt das kannst du auch empfangen und wenn es da bissl an grips hast dann kannst du es auch in koden ze fix seid ihr irgendwie habt wo habt ihr euer hirn lass hirn regnen herr lass hirn regnen was das gibt es überhaupt nicht und die scheiß engländer wanske spezial trupp ja wegen denen hat es jetzt am polen an der grenze den ganzen militärstützpunkt zerfetzt weil die ihre scheiß handys nicht ausgemacht haben und russland halt vorher die ausspioniert hat und eine liste hat von allen leuten die sich an einem militärstützpunkt in der nähe aufgehalten haben was und das ist auch nicht schwer das jetzt zu matchen wie viel von den leuten jetzt ungefähr auf einer militärbasis in der nähe von polen in der ukraine rumhängen gell natürlich fliegt da raketen rein ihr hirn is zerfix weißt handys ja super lasst den scheiß weg von wegen spezial trupp wo ist denn der scheiß spezial trupp der den bastard endlich umlegt da ist ja auch immer noch keiner da gell weißt wo die san die waren nämlich klug die spezial trupps die haben sich ausgeteilt da ist die hälfte bei massange vom knast und schaut dass der nicht ausbricht und die andere hälfte die bewacht die manning so sieht es nämlich aus da habt eure scheiß spezial trupps super gemacht und was uns gleich mit um die ohren fliegt ist nämlich unsere umwelt weil die ist uns nämlich scheiß egal weil konsum konsum money 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 das gibt es überhaupt nicht das schaut was alle auf der scheiß brennsuppen daher geschwommen weißt und das und co2 und so ist ja nicht mehr wichtig im gegenteil weißt du was so ein scheiß krieg an co2 produziert seid ihr irgendwie blöd oder was ist nicht so dass man das gerade bremsen müssen oder so weil es richtig scheiße ausschaut mit der umwelt weißt das ist ja nicht schwer zum nachvollziehen dass uns das bei so einer philosophie so schnell um die oren fliegt dass man gar nicht schauen können gell aber exponentielle rechnen war halt noch nie unsere stärke des zeigen da mehrere beispiele vor allen dingen in den letzten zwei jahren und der scheiß virus kram der flattert auch noch umher gell aber trotzdem machen sie alles auf so entschuldigung das musste jetzt echt mal sagen so eine scheiße die hier gerade abläuft das pack ich ja gar nicht zu fix noch einmal was und alles sonst dabei facebook ist dabei twitter ist dabei super medien krieg super geil das ist krieg ihr voll idioten hat es irgendjemand checkt ich glaub's ja nett und alle reden es dann in den medien über die toten und wo nehmen sie die zahlen her wo kommen denn die zahlen eigentlich her die die nehmen die kommen von den scheiß militärs die geben denen die zahlen ja super das ist ja so als wenn ich irgendwie da finde ich jetzt kein beispiel aber es ist ja verdammt deppert was als ob sie die zahlen glauben kann die legst du natürlich politisch hin meine fresse und wo von keiner red gell das gibt da einen haufen verletzte und es gibt da verletzte die werden nicht mehr die sind ihr ganzes leben scheiß grippe oder sowas was weiß weil es seiner fuß wegfetzt hat oder sonst irgendwas oder das hirn wegfetzt ja im psychischen sinne manche sachen wir es da nicht mehr los so eine scheiße was da abgeht was und die ganzen kleiner kinder die das mitkriegen die haben einen schatten da musste mal schauen was das in deiner psyche hinterlässt wenn es damit fünf die mutter wegfetzt so eine scheiße ist es und an assange der die wahrheit postet als journalist den sperrens weg so schaut es nämlich aus was du das problem an der ganzen sache ist es gibt halt keine politiker mehr die meisten sind halt einfach seelenlose arschlöcher so schaut es einfach aus was du wirst du was ein politiker von einem seelenlosen arschloch unterscheidet ein seelenloses arschloch gibt einfach ein befehl wo im vorhinein genau weiß der tötet mehrere tausend menschen tausende Tiere verrecken oder paar tausend hektar der umwelt gehen einfach den bach runter ja und der politiker ist eigentlich jemand der probiert die ihm vom volk gegebene position ja dafür zu nutzen sich nicht selbst zu bereichern cum ex und die ganze scheiße will ich gar nicht erst anfangen sondern sein volk zu bereichern und da ist schon der nächste fehler in dem ganzen system ich sehe da korn von den hirschen da oben der reichtum in sachen wie frieden guter nahrung guter nachbarschaft guter luft bildung kultur sieht oder sowas sondern diese ganzen seelenlosen arschlöcher die sehen das einfach nur in aktenkoffern geld jachten und likes werden sie von den lobbies abwechselnd nacheinander in den arsch gefickt werden ja montags auto lobby dienstags waffen lobby mittwochs kohle lobby und so weiter und die militär lobby ist meistens gleich zweimal dran und wenn wir es nicht irgendwie schaffen dieses ganze system in seinen grundfesten zu verändern und das sind nicht nur mir deutschen oder mir österreicher oder mir europäer das sind mir alle solange es uns so gut geht und anderen schlecht wirst du immer an krieg haben so schaut es ja mal aus und wenn es das ein bisserl in der waage bringen willst das heißt halt auch dass wir bisher von seinem scheiß luxus verzichten müssen weißt du das fliegt uns alles bald um die ohren diese ganze scheiße in die wir uns gerade rein reiten und ich sag's euch und johls das hört sich nur ungern aber das haben wir alle mit dabei dieser scheiß konsum scheiß kohle money 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 das ist doch warum es läuft im endeffekt und sonst schön waffen schön geld schön religion alles beinahnd und des mit einem haufen stolz dass mir mir sang mir san die menschheit mir san die krönung der schöpfung a feine krönung sammer da nix kriegen wir hin mit schöpfung den scheiß planeten zerhauen wir uns gleich mit und allesamt die drauf wohnen so schaut es nämlich aus das hat bis jetzt noch keine rasse geschafft außer der homo fucking deppert sapiens zumindest einmal auf dem besten weg dahin wenn es so weiter läuft ich habe zum beispiel ein freien der ist lehrer weißt du was der sagt der sagt ganz oft ja ich bin heute nur lehrer kann man genauso sagen ja ich bin auch nur einer der letzten der halt hilft den scheiß karren hier aus dem dreck zu ziehen die nächste das ist eine freundin die sagt ja ich verdiene halt nicht viel gehe ich mache halt was mit behinderten und problemkinder gehe so jetzt frage ich mal wieso verdient die denn nicht viel wieso verdient diese frau weniger als irgend so als scheiß lobby ist oder sonst einer der die welt nur schlechter macht genau das ist das problem was und das ansehen von die leute in der gesellschaft die kern auf den thron gestellt und nett die ganzen vollpfosten die im internet auf den thron stellt was ist denn das für scheiß gesellschaft geworden ha was ist denn das für ein werteverfall was der ist exponentiell mit dem scheiß internet zusammen so schaut es aus weil das internet ist nämlich nicht nur gutes da müsst ihr mal schauen das ist ein multiplikator für gutes und für schlechtes und wenn du einen haufen scheiße rein wirfst dann kommt ein richtiger haufen scheiße raus und das siehst du jetzt auch und das ist mit allem so und genau deswegen werden wir als menschheit gerade von unserem karma richtig gefickt und genau das ist auch der grund warum hier keine außerirdischen landen die fliegen die ganze zeit vorbei und sagen haltet euch bloß fern von dem irren haufen tag bald haben sie es hinter sich dann schauen wir mal ein paar tausend jahre später wie es da ausschaut gewinns nimmer strahlt generell das mit dem strahlen wie kann man denn müll produzieren der zehntausend jahre halbwert zeit hat seid ihr bescheuert oder was wie kann man denn das als energielösung sehen schaut einmal wie lange ägypten hier ist sag einmal das gibt es ja überhaupt nicht ihr könnt eine legislaturperiode die dauert vier jahre was ist denn das wer kann sich denn sowas ausdenken und das ist ja nicht nur dass sich das einer ausdenkt das ist ja das denkt sich einer aus und er hat nichts anderes als ich sagen ja fundig feigrad das ist eine super idee da müssen wir uns nimmer drum kümmern das machen wir jetzt aber schon ein paar hundert jahre und langsam müssen wir uns drum kümmern sonst läuft es ein wenig aus dem ruder und ist ja nett dass man das nicht merkt Wetter ist gut die letzten drei jahre hier nicht was vielleicht können endlich mal alle hörer die diese sendung hören und die ein rädchen in dieser scheiß monetären medienwelt sind ihr handy weg werfen und ihren scheiß job kündigen ja sofern sie nicht irgendwie für eine lebensbejahende oder umweltbejahende firma arbeiten lasst den scheiß science fix das bringt uns alles in teufels küche und da sind wir ja schon so schaut es aus sucht euch einen neuen job und wenn es euch schwer fällt davon zum trennen dann schaut es heute abend fight club an gell nehmt euch eine flasche whisky und nach dem film ruft zu eurem chef an und sagt ihm was erfüllt so schaut es aus her mit dem whisky das war nämlich nicht ein fiction film das war ein lösungsvorschlag zum problem ansatz auch wenn es nicht der beste ist aber sich selber sonst abläuft hier so machst ein scheiß job weg sehr fix ja 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 ich merke ich krieg schon zeichen hier ich habe mich vielleicht ein bisschen rage geredet aber dafür haben wir jetzt auch einen allegro der hat nämlich eine ganz ruhige sendung diesmal die uns alle runter bringen soll und mal dass man eine stunde abschalten können von den scheiß themen wo ich gerade drüber geredet habe ja ist doch wahr gell ist doch einfach eine scheiße mal schauen ob es klappt dass er uns ablenkt ich wünsche euch eine wunderschöne nacht von mir und denkt einmal ein bisschen drüber nach was was ich da eben gesagt habe dankeschön